Es gibt Suchmuster, die Slots enthalten, die wir aus guten Gründen nicht näher spezifizieren können oder wollen. Dann kann es aber passieren, dass unser Suchmuster Satzgrenzen enthält, die wir aber gar nicht haben wollen. Das folgende Beispiel ist konzeptuell also nicht besonders sinnvoll gewählt, aber ich will auch nur veranschaulichen, wie man ein Muster mit variablen Slots auf einen Satz beschränkt. Suche ich nach Go optionalem Slot the, dann bekomme ich natürlich viele Belege, bei denen der mittlere Slot eine Satzgrenze beschreibt. Das ist in diesem Beispiel natürlich nicht verwunderlich, weil Ago häufig am Satzende, The häufig am Satzanfang steht. Aber wenn ich ausschließen möchte, dass mein Suchmuster über Satzgrenzen hinausgeht, dann kann ich ans Suchmuster mit anhängen Within S, womit wir sagen, gibt nur zurück, wenn das Muster innerhalb eines Satzes auftaucht. Der Hintergrund ist, dass in vielen Corpora Sätze mit Satztags versehen sind, also einem öffnenden und einem schließenden. Die Genauigkeit dieser Annotation darf man getrost sehr kritisch sehen, aber als Heuristik kann sie manchmal sehr nützlich sein. Solche Tags kann man dann ebenfalls ziemlich heuristisch auch für gewisse Dinge nutzen. Also will ich zum Beispiel nach Token am Satzanfang suchen, kann man das öffnende S-Tag vor die Abfrage nach dem Token setzen. Mit S Ironically finden wir alle Belege von Ironically am Satzanfang oder etwas allgemeiner mit S Class ADV alle Satzinitialen Adverbien. Das gleiche kann man mit dem schließenden Satz-Tag machen, den man logischerweise hinter das Muster setzt. Suchen wir nach Sätzen, die auf ago enden, könnte das so aussehen, ago und die schließende Satzklammer. Aber schauen wir kritisch auf das Ergebnis. Erstens ist die Trefferzahl relativ gering und zweitens sieht es so aus, als würde ago am Satzende nie vor Satzzeichen stehen. Das ist orthografisch natürlich unplausibel. Also schauen wir uns die Abfrage genau an. Wir haben nämlich vergessen, das Satz-Finale-Interpunktionszeichen zu matchen und Interpunktion ist ja auch ein Token. Ändern wir das mit einem optionalen Slot, finden wir auch deutlich mehr Satz-Finale-Belege von ago. Dass die Satztokenisierung häufig sehr problematisch ist, also Tokenizer sind darin nicht besonders gut, sieht man, wenn man durch die Liste scrollt und auch Belege findet, die wir nicht unbedingt als Satz-Finale bezeichnen würden. Interessant ist übrigens, wenn wir nochmal die Abfrage nach Satz-Finale im ago ohne Interpunktion anschauen, dass die meisten Belege aus dem gesprochenen Teil des BNC-Baby stammen. Das sieht man einerseits an der sehr hohen Zahl bei der Korpusposition und andererseits auch so ein bisschen am linguistischen Kontext. Offenbar sind hier bei Satzenden häufig gar keine Satzzeichen gesetzt. Mehr noch, es wirkt so ein bisschen, als sei hier nach ago jeweils ein Speaker-Turn, also dass der Übergang von einer Sprecherin zu einer anderen nur durch diesen S-Tag markiert wird. Also auch hier gilt, immer kritisch bleiben bei der Interpretation.